Hallo und willkommen zur neuen Folge Build Battle und genau, was gibt es für Industrie Dampf Lokomotive, Gusting Show, ich mach mal Dings, ich hab nämlich so eine Super Dings, die hab ich mir hier nämlich gekauft, dass man hier direkt auswählen kann, so das heißt, ich mach mal den Boden hier zum Griser Redino hier, dann nehm ich mir das nachher noch Holz, ich glaub ich ne Spruce Wood, weil Spruce Wood schon ein bisschen, ne geil, normales Oak Wood, was brauch ich dann, ich brauch noch vielleicht das, das, dann mach ich noch Gravel, 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 Laridino, ähm, und den, äh, Concrete, okay, okay, zum Malen, äh, Gray, äh, Concrete, irgendwie, äh, Gray Concrete, genau, aber ich kann man nicht nehmen, aber ich baue mal hier die Schienen, sag mal, so, ähm, bam, 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 ich baue jetzt mal gleich bis rüber, ich will so eine größere, äh, Lokomotive bauen, weil wir haben ja hier, ähm, mehr, äh, schnell, also mehr Zeit hier, ähm, so, dann brauch ich, äh, Slabs, dann nehm ich irgendwie Stones, äh, ich nehm auch Stonebrick, Dings, so, eins, zwei, drei, dann mach ich wieder, so, bam, bam, und bam, oh, da hab ich grad, äh, warte, ich hab grad irgendwie, äh, Block Sounds auf, ähm, aber egal, ähm, so, dann mach ich so, bam, 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 dann mach ich das so rüber, mach ich nämlich, dass die, äh, Räder hier auf den, äh, Schienen fahren, so, äh, äh, ich hoffe, das passt hier, jetzt muss ich überall so, äh, Dings reinmachen, so, rillen, und nachher auf der Seite auch noch so rillen, dass es nämlich so, äh, cool aussieht, so, bam, 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 so, ähm, genau, ähm, ich baue dann nachher so eine richtig alte Dampflokomotive, ich glaube, das ist auch eine Dampflokomotive, ich glaube, es gibt sicher irgendwen, der einfach einen Zug malt, oder so, äh, dann wird der Train stehen, aber es steht ja nicht Train, also ist es kein Zug hier, warte ich, ich hab, weil, was ist eine verbesserte Idee, ist das, ich mach's so, dann schaut's auch nämlich ein bisschen smoother aus, die, ähm, Dings hier, äh, die, äh, Schienen, wird irgendwer bauen einfach ein Minecraft mit so, Dings drauf, mit so, ähm, so, Rails, und dann lass einfach so ein Schwein oder so in den Kreis fahren, wahrscheinlich, aber ich muss grad ein bisschen konzentrieren, ähm, das, was auch hier fertig wird, das heißt, jetzt brauche ich die eigentliche, äh, Lokomotive, ähm, das heißt, ich baue auch einen Anhänger, das heißt, ich brauche das, ne, warte, ich brauche das, das, das und, äh, Grey Concrete hier, wo ist er da? Äh, okay, äh, darf ich benutzen, äh, was nehme ich, äh, Dark, ähm, ich überlege gerade irgendwas, äh, oder Black, ähm, ich glaube, ich nehme auch die Wolle, ganz einfach hier die Wolle, dann mache ich hier gleich, oder, warte, wie, mache ich die Dings, ähm, ich mache es wie Cobblestone, hier die, äh, Räder, so, ich hoffe, das geht sich auch, doch sieben Minuten haben wir noch, das wird sich ja noch hier ausgehen, ich habe ja grad Symmetriefehler, egal, ist schon wie Hoboridino, ähm, so, dann brauche ich irgendwas, irgendwie, dass das hier, ich glaube, ich schaute es gut aus, das ist hier, also rüber Dings, ähm, ich hoffe, es sieht gut aus, weil ich nicht sehe, Cobblestone auch noch dazwischen, dass hier so verteilt wird, so, äh, so, bam, äh, bam, okay, die Lippmotive wird ein bisschen groß, aber es passt schon hier irgendwie, so, bam, 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 oh, äh, so, bam, so, es gibt oh viele, die in die Kommentare schreiben, so, bam, bam, Hashtag, bam, so, dann, ähm, mach ich hier mal so, ich glaube, das geht von hier groß, nachher geht es hier, wird es hier kleiner, und geht es hier auf so ein kleineres Rad, glaube ich, so, bam, bam, irgendwie so wird es schon passen hier, das musst du nur auf der anderen Seite auch noch machen, hier, so, bam, bam, und, so, so, und jetzt hier, hier noch das kleine Radredino, so, und, ähm, so, jetzt muss ich nur mal an sich die Lokomotive hier bauen, ich glaube, der hat hier vorne auch, ähm, ich baue mal hier so ein Viereck, äh, ich baue so eine, ich habe so eine richtig gute Idee nämlich hier, ähm, ich habe jetzt, ich glaube ich nicht so oft erst eine, äh, Lokomotive, aber auch so eine Dampflokmotive, aber, es wird schon hier irgendwie, äh, eine Schrift schon ist fertig, ein Chat, ähm, es wird schon irgendwie hier klappen, ich habe schon eine Idee hier, ich hoffe, ich kriege das irgendwie, ähm, in der Zeit hin, und dann ist hier irgendwie das coole Dings, äh, so habe ich mir nicht das, äh, vorgestellt hier, so, 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 äh, ich hoffe, das passt hier irgendwie, doch, es wird schon passen, ähm, doch, ich glaube, das wird schon passen, ich glaube, das gehört ein zweiter hoch, wenn noch fünf Minuten fällt mir drauf, das heißt, ich muss schnell bauen, hier, ähm, so, ähm, ich hoffe, das passt hier, so, und dann hier so, und ist das hier, ähm, das coole Dings hier, hier hinten, keine Angst, das wird, das wird noch alles schon, ähm, ich muss nur hier, äh, vorne ist auch noch, irgendwie hinkriegen, weil ich so, und so, ja doch, 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 das passt schon, weil ich irgendwie Stairs, ähm, so, äh, das hier irgendwie ein kleines Dach hat, oder so, so, irgendwie passt das hier schon, musst du schauen, dass ich mit der eigentlichen Dokumentive fertig werde, hier, vier Minuten noch, was nicht gut ist, ähm, so, irgendwie, walls, ähm, dann hier irgendwie noch ein Cobblestone, äh, das hier irgendwie passt, noch Slabs, ähm, so, bam, den Container, äh, den Container, den, äh, der anderen, äh, Waggon, glaub ich, geht sich nicht mehr aus, ähm, aber ist egal hier, so, bam, ich hoffe, das passt, doch, das passt hier schon eigentlich, äh, da baue ich noch hier irgendwie, ähm, irgendwie, so, äh, das sieht schlecht aus, ich bring mir noch die, äh, äh, die Lichter vorne, Lamp, Redstone Lamp hier, doch, das passt schon irgendwie, äh, nach Iron Dings, äh, ich, ja, es sieht irgendwie nicht gut aus, nicht so gut aus, wie ich gedacht hätte, ähm, äh, äh, war ich so, so, bam, bam, ähm, so, nein, nicht so, äh, oh, ich will gerade extrem viel Zeit, aber ist egal, mach ich einfach so, ich weiß nicht, wie so eine Lokomotive aussieht, aber ich glaube, die sieht eh so irgendwie aus, ähm, Item Frame, das ist eins weiter oben ist, hier irgendwie, Iron Bar, da baue ich das hier noch so irgendwie zu, ne, das sieht irgendwie nicht gut aus, ich glaube, ich lasse hier einfach so, oder baue ich irgendwie hier, ähm, so, es geht eigentlich, sieht jetzt so schlecht aus, ich dachte, das schaut besser aus irgendwie, aber, naja, so, ich sind die Räder, ist das Ding, dann baue ich einfach jetzt so, äh, es wird schon hier irgendwie passen, dann baue ich hier, äh, einen Ofen, äh, Kohleblöcke irgendwie, das hier irgendwie der Ofen, äh, ich weiß jetzt nicht, wo im Ofen was brennen kann, aber ich glaube nicht, ähm, da braue ich noch hier irgendwie, äh, Fensters, ganz schnell, braue ich noch schnell irgendwie einen Anhänger oder so, äh, Cobblestone, ähm, so, braue ich noch hier irgendwie ganz schnell einen Anhänger, äh, so, irgendwie, ganz, ganz kleinen Anhänger nur, weil sonst wird es hier irgendwie nichts, ganz gerne einen Anhänger Redino, ganz schnell, aber, es wird so eine Minute, äh, Anhänger, egal, äh, ein paar Dings sind gefällt, nein, warum dauert es so lang, äh, die Dings hier zu bauen, so, ähm, jetzt irgendwie, so, einen kleinen Anhänger hier, äh, ganz schnell, dass er irgendwie, äh, weil das soll so ein Kohle Anhänger sein, hier irgendwie, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr wirklich ganz, ähm, so, irgendwie so, ne, das sieht komisch aus, und hier noch irgendwie, äh, Kohle drauf, äh, Kohle, 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 es ist nicht das beste aber es geht eigentlich doch es geht eigentlich es geht ist nicht schlecht was ist es sieht aus wie so ein dings hier ja es kriegt ein kacke weil sie ist er hat versucht immerhin aber hier irgendwie ist er nicht fertig geworden oder keine ahnung genau dem dem vorne ah ich bin dumm dem vorne sonst und dings und so ein dings raus wo auch raus geht ich bin dumm ich bin wirklich dumm egal genau genau das hat mir noch fehlt aber egal meine sie sowieso cool aus das ist das meine ich glaube doch oder gut bewerte eine doch andere auch gut gut die gute gerne alle mittelmäßige dings oder der eine gibt epische so es geht nur die dampfdings hat gefehlt ich weiß ich genau so was das nächste redino so was das nächste der hat richtig gut der kriegten gut da hinten sind kohle dings baut aber der hat keine ahnung ich habe viel zu viel zeit gebraucht für die dings ich hier jetzt auch ganz ziemlich macht aber egal und der davon ist sogar zu oben wort ich habe ja genau dampflokomotive ist halt nicht meines dann julia ist egal was hat der hier gebaut was ist das ein haus train aus schreibt gleich train haus was ist das egal es kriegen kacka egal jetzt versuchte ich weiß nicht wie man so wollen kann egal wenigstens den rauchfang hier irgendwie geschafft hier was das in krabbe ob es gekriegt zu kacke weiß hier keine dings hier keine dampflokomotive ist eine krabbe einfach keine wirklich legendäre sagt einer der hat gesagt das war der 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 gesagt hat bei der hälfte von der zeit schon dass er fertig ist es geht nur okay heute geht es auch die geht 90 grad da ist die kacke weil er jetzt 90 grad in rüber geht kann man sich nicht realistisch hier war egal redino so was ist der nächste redino was das ist das vulkan keine lokomotive super kacke weil es ein vulkan ist und keine lokomotive wie auch immer zu vulkan oder schreibt auch einer der eine gibt irgendwie jeden legendary keine ahnung schreibt es mir das im chat aber ich glaube ich glaube es nicht so ähm was heißt ein nächstes triple pro ok wir sind jetzt nicht zu oben in der lobby das heißt jetzt glaube ich soll schon auch und der gewonnen ich bin 6er platz immerhin geht das eigentlich ja das like und abo da für mehr minecraft master billers und ja das like und abo da und ciao